Heute zeige ich euch eine besonders lukrative Chance für Immobilieninvestoren, die Kombination aus der 5%igen Sonderabschreibung auf Neubauten und der degressiven Abschreibung, besser kürzer gesagt, AFA. Diese beiden Abschreibungsmöglichkeiten bieten dir als Investor eine extrem attraktive Steuersparnis und ich erkläre euch auch, wie ihr beides kombiniert, um die Steuerlast massiv zu senken und gleichzeitig langfristige und hohe Renditen zu erzielen. Und gegen Ende habe ich dann noch einen Pro-Tipp, der hilft, das Ganze nochmal investitionstechnisch zu optimieren. Die 5% Sonderabschreibung, Sonder-AFA, ist ein steuerlicher Vorteil, der für Neubauten gilt, die quasi nach dem 21. Dezember 2022 erworben und für die Vermietung genutzt werden. Voraussetzung ist, dass diese Neubauten bestimmte energetische Standards wie KfW40, Energieeffizienzhaus und dem QNG-Siegel für Nachhaltigkeit entsprechen. Die zwei Punkte sind super wichtig, sonst klappt das Ganze nicht. In den ersten vier Jahren kannst du dann pro Jahr 5% des Gebäudewerts steuerlich abschreiben, das bedeutet, dass du insgesamt 20% des Gebäudewerts in den ersten vier Jahren abschreiben kannst. Was dir eine erhebliche Steuererfahrung bringt. Beispiel, angenommen du kaufst eine Neubauwohnung für 500.000 Euro, Gebäudewert ohne Grundstück, ganz, ganz wichtig. Mit der Sonderabschreibung kannst du 25.000 Euro pro Jahr in den ersten vier Jahren abschreiben, also insgesamt 100.000 Euro in vier, vier Jahren. Diese Abschreibungen senken dann direkt die Steuerlast, was besonders bei einem hohen Einkommen von einem enormen Vorteil sein kann, wie du dir vorstellen kannst. Jetzt fragst du dich vielleicht, was nach diesen vier Jahren passiert. Die Antwort ist, ab dem fünften Jahr wird die reguläre degressive Abschreibung aktiviert. Das bedeutet, dass du nicht einfach 2% pro Jahr abschreibst, sondern mit einer degressiven AFA von 5% im ersten Jahr nach den Abschreibungsjahren. Das ist aber noch nicht alles. Die degressive AFA wird jedes Jahr auf den Restwert des Gebäudes angewendet, sodass du in den ersten Jahren weiterhin eine höhere Abschreibung als bei der linearen Methode erhältst. Beispiel, statt nur 2% abzuschreiben, kannst du im fünften Jahr weitere 5% des verbleibenden Restwerts des Gebäudes abschreiben, was dir zusätzliche Steuersparnisse bringt. Im Laufe der Jahre wird die Abschreibung dann geringer, aber sie bleibt in den ersten Jahren sehr vorteilhaft. Die degressive Abschreibung bedeutet, dass du in den ersten Jahren nach der Sonder-AFA weiterhin höhere Beträge abschreiben kannst, im Gegensatz zur linearen Abschreibung, bei der du jedes Jahr den gleichen Betrag abziehst. Wird bei der degressiven Methode jedes Jahr ein bestimmter Prozentsatz vom verbleibenden Restwert abgeschrieben. Wenn du jetzt nach den ersten vier Jahren der Sonderabschreibung noch 400.000 als Restwert hast, kannst du im fünften Jahr 20.000 Euro abschreiben, das ist dann 5% des Restwertes. Jedes Jahr wird dieser Betrag kleiner, aber die degressive Methode ermöglicht dir weiterhin höhere Abschreibungen in den ersten Jahren. Etwa nach 14 Jahren, dann kannst du und solltest du auf die lineare Abschreibung von 2% umsteigen, dann fängt es an, besser zu funktionieren. Die Kombination hier aus Sonderabschreibung und degressive AFA ist halt besonders interessant für die ersten 5 Jahre nach dem Kauf eines Neubaus, den du für die Vermietung, also als Kapitalanlage kaufst. Sonder-AFA und degressive AFA, maximale Ersparnis in den ersten Jahren. Die Kombination aus Sonder-AFA und degressive AFA sorgt dafür, dass du als Immobilieninvestor besonders in den ersten Jahren hohe steuerliche Vorteile nutzen kannst. Diese zwei Abschreibungsmöglichkeiten arbeiten Hand in Hand, um deine Steuerlast deutlich zu senken und dein Cashflow und deine Eigenkapitalrendite zu verbessern. Hier mal vielleicht eine kurze Zusammenfassung, wie das funktioniert. In den ersten 4 Jahren 5% Sonderabschreibung pro Jahr, insgesamt 20% des Gebäudewerts. Ab dem 5. Jahr 5% degressive Sonderabschreibung. Im ersten Jahr dann abnehmend langfristig nach 14 Jahren kannst du zu linearen Abschreibungen wechseln von 2% pro Jahr. Ein wichtiger Punkt, den viele Investoren übersehen, ist dabei die Eigenkapitalrendite. Eigenkapitalrendite, gerade bei Neubauten, ist ja die Brutto-Mietrendite nicht sonderlich gut. Aber die kannst du durch Steuersparnisse deutlich höher machen, in ein deutlich höheres Level bewegen. Und wenn du beispielsweise 20% Eigenkapital einsetzt und die restlichen 80% finanzierst, können durch die Abschreibung gewonnenen Steuervorteile deine EK-Rendite auf die 15-25% pro Jahr steigern. Wenn du außerdem noch eine Wertsteigerung siehst, dann kann das sogar noch ein bisschen mehr werden. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Die Kombination aus 5% Sonderabschreibung und der degressiven AFA ist eine hervorragende Möglichkeit, als Immobilieninvestor in den ersten Jahren enorme Steuersparnisse zu erzielen. In den ersten 4 Jahren kannst du 5% pro Jahr abschreiben und danach geht es mit der degressiven AFA weiter. In den ersten Jahren weiterhin hohe Abschreibungen möglich. Und das führt dazu, dass du nach dem 14. Jahr ungefähr dann auf die lineare Abschreibung wechselst, falls du das Objekt dann noch hast und nicht schon steuerfrei veräußert hast.